so nach langer zeit habe ich mir mal wieder gedacht ich müsste mal gucken was mit rust so abgeht oh mein gott und es gibt richtig nehmen wir mal alle richtig coole skins der ist so was von homo nicht dass ich was gegen schwule hätte aber der ist echt scheiße das ist mit oh mein gott das ist eine geile wurden doch die werde ich mir auf jeden fall ziehen und was haben wir hier eine mainframe door motor ich noch nie eine motor gehabt aber die werde ich mir auch ziehen ist geil mein gott und ein dragon egg ein verdammter stein den muss ich mir kaufen das geht gar nicht anders er sieht richtig cool aus und da kommen wir zurück oh mein gott das wird wieder geld kosten ohne ende das ist leider schon alles was es im store gibt gleich werde ich auch mal in rust reinschauen heute ist der vierte erste ich weiß gar nicht wann der weib war aber ich glaube der müsste eigentlich gestern gewesen sein aber die server waren so leer ich weiß gar nicht warum ist ja auch egal jetzt habe ich euch hier die masken und den ganzen anderen krempel gezeigt aber diese maske sieht auch so die sieht so geil aus oh mein gott ich muss sie auch kaufen ich gehe ich werde noch warm ich wünsche euch noch einen schönen tag was ist denn das bandana die skins werden immer geiler das ist auch die peisner sieht auch ganz schön scheiße aus aber ist nicht so wild gut wie gesagt ich wünsche euch einen schönen tag jetzt habt ihr die skins gesehen vom vierten ersten 2009 10 bis denn dann ciao